Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 74.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Partikelfilter, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Ich bin ein Everydayer und auch nicht mehr.